Meine beste Freundin Julia. Deine bescheuerte Freundin. Hey, entspann dich. Ich mach das schon. Benutze Fun-Phone. Krankenwagen. Hey, Baby. Hey, Julia. Du, hier ist ein Unfall passiert. Ich kann nicht sprechen. Ich muss nämlich Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ich ruf dich an, ja? Ciao. Fun-Phone. Danke, Fun-Phone. Fun-Phone. Mehr Spaß, weniger Kosten.